3D-Produktion ist keine Insel und daher ist es sehr gut, dass in der neuen Versionsnummer für DR17 wir nun zwei Importformate überarbeitet bzw. ein Format sogar neu haben. Und zwar wurde einmal das OBJ-Format, was mit Sicherheit zu den Dinosauriern der Austauschformate zählt, aber immerhin sehr, sehr wichtig ist, komplett überarbeitet und wir haben ein neues Format und zwar das Google SketchUp-Format, womit es nun möglich ist, aus Google SketchUp heraus Dateien nun nach Cinema 4D zu bringen, diese zu öffnen und hier mit guter Qualität zu rendern oder auch weiter zu verwenden. Schauen wir uns zuerst einmal an, wo die Voreinstellungen für diese Austauschformate zu finden sind. Wie üblich gehen wir hierzu in die Programmvoreinstellungen unter Bearbeiten Programmvoreinstellungen und hier haben wir unter den Import und Export nun eine ganze Liste an unseren Austauschformaten. Beginnen wir hier beim OBJ, das befindet sich hier unten, das ist das Wavefront OBJ-Format. Wir haben hier Importeinstellungen und Sie sehen, gegenüber früher, wo wir nur den Maßstab einstellen konnten, haben wir nun eine Riesenanzahl an Parametern. Zuerst haben wir Presets, einmal für 3D Max und einmal Default. Die interessante Geschichte hieran ist, dass 3D Max eben im Gegensatz zu Cinema 4D seine Z-Achse senkrecht stehen hat, das heißt, wir müssten eigentlich Z zur senkrechten Achse machen und auch einiges mehr. Unter Default haben wir hier trotzdem bereits eine Änderung gegenüber Cinema 4D und das ist die Z-Achse umdrehen hier unten. Und zwar Default funktioniert ganz gut, wenn Sie Maya-kompatibel arbeiten wollen, denn in Maya haben wir das gleiche Koordinatensystem wie in Cinema 4D, also wir haben eine X- und eine Z-Achse, die den Boden aufziehen, aber die Z-Achse steht nach vorne und in Anbetracht dessen muss man die Achse umdrehen. Im Ganzen betrachtet kommt es jetzt letztlich darauf an, aus welchem Programm Sie arbeiten und Sie können hier über Achsen umdrehen oder vertauschen, letztlich jegliche Kombination abbilden, sodass es eben zu Cinema 4D entsprechend passt. Das wäre dann einfach ein bisschen auszuprobieren. Zudem haben wir hier oben wieder den Faktor, den kennen wir bereits. Dann haben wir die Möglichkeit, beim Import direkt hier normalen anlegen zu lassen. Und Cinema 4D verwendet hier diesen Phonc-Tag oder das normalen Tag. Und wir haben hier eben die Möglichkeit auszuwählen, wie wir das Ganze umsetzen wollen. Also wir können das komplett überspringen. Dann gibt es eben einen Phonc-Tag, der hier auf einen gewissen Winkel gesetzt worden ist. Oder wir können hier Punkt normalen anlegen lassen oder, wie gesagt, das Ganze überspringen lassen. Dann können wir hier festlegen, was wir mit den Materialien machen wollen. Ein OBJ unterstützt ist, dass wir Materialienvergaben drin haben. Und diese Materialienvergaben, die können sogar noch jetzt Texturpfader beinhalten. Ein OBJ kommt meistens als zwei Dateien. Einmal das OBJ selber, was die Geometrie ist. Und dann gibt es eben noch eine Materialdatei, eine MTL-Datei. Und wenn diese vorhanden ist, wird diese ebenfalls eingelesen und dann zum Beispiel Texturpfader gesetzt. Also eine sehr, sehr praktische Geschichte. Als Export haben wir das Ganze dann auch nochmal. Sie sehen sehr ähnliche Einstellungen hier. Und hier können wir eben auch zum Beispiel festlegen, dass wir Material mit exportieren wollen und einiges mehr. Google SketchUp befindet sich hier als SKP. Das ist das Dateiformat von Google SketchUp. Das gibt es nur als Import. Aber hier haben wir eben die Möglichkeit, zum Beispiel einen physikalischen Himmel automatisch erzeugen zu lassen. Das ist insoweit interessant, als dass Google SketchUp eben mit einer Sonnen- und Himmel-Einstellung arbeitet. Und wenn wir diese genau in Cinema 4D dann haben wollen, können wir das hier oben aktivieren. Die Kameras aus Google SketchUp können wir direkt mit erzeugen lassen und können festlegen, was mit verborgenen Objekten passiert und ob wir Ebenen haben wollen. Also eine gute Zusammenstellung hier, diese Option. Jetzt wollen wir uns das Ganze auch mal live anzeigen lassen. Und Sie können jetzt natürlich nach Google SketchUp entweder die freie oder die kommerzielle Version gehen und ein Modell bauen. Aber es gibt bereits im Internet eine sehr, sehr große Anzahl an Google SketchUp Modellen. Und hier haben wir das 3D-Warehouse ausgeöffnet. Der 3D-Warehouse auf SketchUp.com ist eine Sammlung von freien Modellen, die Sie für Ihre Projekte verwenden können. Hier können Sie auch als Community-Member-Modelle hochladen. Und hier findet man wirklich eine sehr, sehr große Anzahl an coolen SketchUp-Modellen. Und wir können jetzt einfach unseren neuen Import hiermit ausprobieren. Und als Science-Fiction-Fan habe ich mir hier einfach schon mal einen Star Destroyer heruntergeladen. Mal gerade schauen, ob ich den so auf die Schnelle noch mal finde. Ja, also eine dieser Star Destroyer habe ich hier heruntergeladen. Ich denke den hier. Und was Sie letztlich dann bekommen, ich kann Ihnen das kurz demonstrieren, wenn man also sowas auswählt. So kann man hier also auswählen, welches Modell Sie herunterladen wollen. Und für uns, wir brauchen eben ein SketchUp-Modell. Das gibt es auch in neueren Versionen. Wie gesagt, es geht nur darum, dass das SKP-Format heruntergeladen wird. Und ein SKP selbst ist so etwas wie ein Container-Format. Und in diesem Container liegt eben eine internen Collada-Datei, die eben das Modell abbildet. Und wenn mit eingebettet, eben die Texturen. Das heißt, es gibt sogar die Möglichkeit, sehr viele Texturen mit nun in dieser SKP-Datei zu haben. Schauen wir uns das jetzt in Cinema 4D an. Ich gehe also hier auf Datei öffnen oder hinzuladen. Je nachdem. Und wenn ich Ihnen hier kurz meinen Desktop zeige, so sehen Sie hier, dass hier meine SKP-Datei nun liegt. Und ich habe hier keinerlei zusätzlichen Ordner zurzeit, der genauso heißt wie das hier. Das wird sich aber gleich ändern. Denn in dem Moment, wo Sie hier eine solche SKP-Datei nun öffnen, die Einstellung kennen wir ja bereits, die nehmen wir einfach so, legt Cinema 4D nun einen Ordner mit dem gleichen Namen wie die SKP-Datei an. Und in diesem Ordner, ich kann Ihnen diesen kurz mal öffnen, liegen nun alle ehemalig in der SKP-Datei eingebetteten Texturen, soweit diese also mit eingebettet wurden. Und das ist eben sehr, sehr praktisch, denn diese werden dann eben in den Materialien, die hier mit importiert worden sind, direkt verwendet. Und gegebenenfalls kann es natürlich auch mal sein, dass eine Textur fehlt. Aber das Schöne ist, wie gesagt, Sie haben die Texturen, können an diesen arbeiten und diese dann eben direkt mitverwenden. Und wenn wir unser Modell jetzt hier betrachten, Sie sehen, das Modell wurde also schön importiert. Ja, wir können also jetzt hier coole Shots mit diesem Star Destroyer machen. Und gleichzeitig haben wir dann natürlich auch hier die Kameras. Soweit also zum SketchUp-Import. Das nächste, was ich Ihnen gerne zeigen möchte, ist der OBJ-Workflow. Und in diesem war es früher immer ein bisschen schwierig, wenn wir etwas aus Cinema 4D nach draußen gebracht haben. Das schlimmste Beispiel war sozusagen, Sie nehmen einen Würfel, der natürlich sehr scharfe Kanten haben soll. Cinema 4D deckt das eben sehr, sehr gut über seinen Font-Tag und ähnliches ab. Aber wenn wir das als OBJ exportiert haben, ich mache das mal kurz hier. Also wir gehen auf Exportieren, OBJ, nennen das Ganze mal Box. So hat Cinema 4D hier eben nicht diese Informationen mit einbetten können. Und wenn wir das jetzt in einem externen Programm, wie zum Beispiel Zebra, CityCode oder Mudbox oder einem ähnlichen Programm geöffnet haben, so waren diese normalen Informationen sehr unbrauchbar. Deshalb hat man meistens ein Plugin gekauft mit dem schönen Namen Riptide Pro. Und dieses Plugin konnte eben OBJ in allen möglichen Varianten exportieren und importieren. Und das brauchen Sie jetzt hier mit diesem neuen OBJ-Exporter oder Importer nicht mehr. Ich gehe also jetzt hier hinein und wir können jetzt hier einfach sagen, okay, ich nehme Default-Einstellungen. Materialien, ja, brauchen wir nicht mit zu exportieren. Ich sage jetzt einfach Export. Und nun bekomme ich eben auf meinem Desktop eine Box OBJ, eine Box Material. Und ich öffne jetzt hier einfach mal ein Programm mit dem Namen 3D-Code. Ich benutze das hier zum Beispiel, um Retopos zu machen oder zu painten oder zu sculpten. Und wenn wir jetzt hier einfach hingehen und auf Import gehen, zum Beispiel für das Pixelpainting, so kann ich jetzt meine Box hier einfach mal wählen, die jetzt aus dem neuen Cinema 4D stammt. Und ja, das brauchen wir nicht weiter zu beachten. Und Sie sehen jetzt also, dieser Würfel kommt jetzt also wirklich mit der korrekten, normalen Struktur herüber. Es sieht wirklich als Box aus und kann jetzt hier, wie gesagt, beliebig weiterverarbeitet werden. Genauso könnte ich jetzt einen OBJ exportieren. Das können wir uns auch noch kurz anschauen. Ich gehe also hier auf eine neue Datei. Ich brauche das nicht zu speichern. Ich möchte jetzt hier zum Beispiel etwas haben, was wir für das Pixelpainting verwenden wollen, zum Beispiel diesen tollen Roboter hier. Und diesen tollen Roboter möchte ich jetzt eben nach Cinema 4D bringen. Wir können uns überlegen, was hier mit diesen ganzen Texturen passiert. Ich exportiere sie einfach mal mit. Ich gehe also jetzt hier nach Export Objects and Textures. Wir legen das Ganze auf den Desktop. Wir nennen das Robot. Und das dauert jetzt natürlich eine Zeit lang, weil wir ja hier die Texturen mit exportieren müssen. Und hier sehen Sie, hätten wir eben auch die Möglichkeit, Y und Z umzudrehen. Das sind eben die Sachen, die wir auch bei uns in unserem Importer gesehen haben. Ich lasse einfach mal alles so, wie es ist. Es dauert jetzt, wie gesagt, eine Zeit lang, bis alle Texturen erzeugt sind. Und nach kurzer Zeit haben wir dann eben diesen Roboter als OBJ herausgeschrieben. Genauso haben wir jetzt auch eine Robot MTL-Datei. Und in dieser steckt eben die Materialvergabe. Das heißt, wenn ich jetzt hier also das Ganze mal hier schließe und jetzt hier auf Datei öffnen gehe, so kann ich jetzt hier die OBJ wählen. Und wie gesagt, in dieser Materialiendatei steckt nun die Verknüpfung auf die Materialien, die ich in 3D-Code verwendet habe und diese Targas, die hier eben zum Robot gehören. Und genauso können wir jetzt hier in unserem neuen OBJ-Import festlegen, dass wir diese Materialiendatei mit importieren wollen. Und ja, ich denke, Z-Achse umdrehen, das müsste es gewesen sein. Ich gehe mal auf OK. Das Ganze importiert nun, dauert einen kurzen Moment. Und jetzt sehen Sie hier unseren Roboter. Und das Shading sieht eigentlich schon ganz gut aus. Das heißt, das scheint schon zu klappen. Und wenn wir jetzt hier in dieses Lambert-Material reingehen, das ist eben dieses Material, was automatisch nun in der MTL-Datei angelegt wurde, so sehen Sie hier unter Farbe, dass hier auch der Link auf die Targa-Datei auf meinem Desktop gelegt wurde. Das heißt, hier wurde das Material auch korrekt importiert. Und so sehen Sie also, ist dieser neue OBJ-Workflow also auch sehr, sehr praktisch, um einen solchen Austausch zwischen verschiedenen 3D-Programmen zu gewährleisten. Und so sehen Sie, dass hier auch die Targa-Datei angeht wurde.